Daniel Flottmann, 27 Jahre, aus Wuppertal gekommen. Wie kam der Kontakt zu Fortuna zustande? Ja, ich habe das Gespräch gesucht hier mit dem Trainer und habe gesehen, dass sich hier anders entwickelt und wollte Teil davon sein. Du kennst die Liga ziemlich gut, hast letztes Jahr auch in Wuppertal gespielt. Wen schätzt du jetzt schon im Vorfeld der Saison als die Top-Favoriten ein? Ja, ich denke, Wuppertal mit dem Lauf in der Rückserie ist auf jeden Fall oben mitzuzählen. Da gehört natürlich Lotte dazu, sowie auch vielleicht der andere Kölner Verein, Viktoria. Und ich denke auch immer, eine zweite Mannschaft ist noch oben mit vertreten, sodass da oben jede Menge Loser eingeht. Du hast eben den ersten Kontakt zur Mannschaft. Wie haben sie dich aufgenommen? Ja, ist ja noch ein bisschen früh, aber ich würde sagen, da gibt es keine Probleme. Ich bin ja auch ungegänglicher Typ. Super, Dankeschön. 1, Vielen Dank.